Okay, hier ist doch noch was. Keine Ahnung. Ich räume Nishimoku zur Seite. Es wird schon wieder morgen. Ach, Mann. So, wo ist denn jetzt hier noch was zum Dauer machen? Ich habe keine Ahnung. Ach, ja. Ach da. Sieh mal einen an. So, 96. Aber immer noch nicht alles. Immer noch nicht alles. Das gibt es doch gar nicht. Es wird wirklich schon wieder hell. Oh Gott. Vielleicht hinter dem Bett? Ich weiß es nicht. Das ist mega ätzend. Alles klar. Es war tatsächlich hinter dem Bett. Oh, 6 von 6. Ich habe den ersten Auftrag abgeschlossen. So 100%. Unglaublich. Oh, wie kann ich das bitte alleine zurückstellen? Boah. Wie viel kriegen wir? Nicht genug. Nicht genug. Auftrag beenden. Oh, Gott sei Dank. Ich bin fix und fertig. Oh. Oh. Ich bin mega erledigt. Oh, mir tut der Hintern weh. Oh Gott. Oh Gott. Endlich kann ich nach Hause. Endlich kann ich ins Bett. In meine Bruchbude. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 33.000 verdient. Kann ich schon ein Haus kaufen? Wir haben zwei Aufträge nicht zu 100% beendet. Naja, naja. Geht ja noch. So. Dim, 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 dim. 28.000. Nee. Verbranntes Haus. Nee. In Besitz. Ja. Unser schönes hier. Kann ich das eigentlich auch verkaufen? Erstes Büro. Geht das auch? Kann ich das verkaufen? Ja, komisch, aber so unser eigenes Gebäude kann ich ja irgendwie nicht sauer machen. Dieser Ort war ein Lager für Werkzeug. Später wurde es zu einem provisorischen Wohnung umgestaltet. Hm. In Besitz. Ja, ja. Ist ja uns. Ich, unsers. Okay. Wir haben 33.000. Leider kann ich hier keins kaufen. Das hier könnte ich kaufen. Toll. Campinghaus. Verbranntes Haus. Verlassenes Haus. Können wir uns hier noch irgendwo, äh, noch irgendeines leisten? Leider nicht. Leider nicht. Das heißt, wir werden uns erstmal hier, ich kaufe jetzt einfach mal ein Haus. Na, pass auf. Wir haben 33.000. Ähm. Das ist sogar das Größte. Das Größte und das Billige. Von der Quadratmeter Zahl her. Na ja, okay, ist genauso groß. Aber ist Billigste. Wenn wir das renovieren, können wir ja das verkaufen. Dann haben wir mehr Geld. Also ich kaufe das mal. Ein Haus aus den 50er Jahren mit origineller Raumaufteilung. Eine komplette Renovierung nötig. Großer Garten. Kaufen. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du dahin? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit zu deinem Haus übergehen, indem du die Vorharte benutzt. Ne, ich will mal kurz hierbleiben noch. Okay, wir haben erstmal ein Haus gekauft. Gehen wir gleich hin. Ich will mal kurz gucken, kann ich das hier wirklich nicht sauber machen? Das habe ich doch schon mal versucht. Sonst könnte ich ja dieses Haus auch renovieren und verkaufen. Verstehst? Hä? Hier geht's. Okay, das geht nicht. Machen wir zu hier das Ding. Fensterputzen brauche ich nicht. Warte mal. Ne, hier kann ich... Jetzt habe ich Schmach versucht. Ich kann hier nicht sauber machen. Du kannst, ähm... Du kannst bei beiden Zimmerheizungen... Selbst wenn ich hier eine Heizung anbauen würde, ist ja hier ekelhaft dreckig. Kann ich hier was verkaufen eigentlich? Ich verkaufe hier erstmal alles. Entschuldigung. Eine Dusche kann da wieder rein. Eine Spiegel. Weg damit. Weg damit. Ich will mal was ausprobieren. Weg, 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 weg. Wir haben ja ein neues rausgekauft. Das ist zwar auch nicht... Das ist zwar auch nicht... Was muss ich eigentlich den Schrank verkaufen? Steht der Laptop denn in der Luft? Ah ne, er fällt runter. So, pass mal auf. Ich verkaufe das mal alles hier. Ich will mal versuchen, dieses Gebäude später noch zu renovieren. Ob ich das dann vielleicht auch verkaufen kann. An ein paar Studenten. Eine Axt, ja klar. So. So, so, so. Jetzt haben wir hier alles verkauft. Ich kann sogar die Tür verkaufen. Das ist gar nicht lustig. Wenn man nicht mal mehr eine Tür zu Hause hat. Oh, nein. Naja, egal. Wollte ich gar nicht gerade machen, aber egal. So, warte mal. Ähm. streichen. Streichen. Kann ich hier nicht fließen? Warum kann ich da noch nicht fließen? Warte mal kurz. Ich will mal... Wir gehen mal kurz zum anderen Haus. Ach, nun los, mach. Gehe zu... Gehe zu verlassenes Haus. Bleiben. Gehe zu verlassenes Haus. Ich muss echt mal kurz speichern. Bevor ich spiele wieder Abstütze oder sowas. Dann fresse ich einen Besen. Auf alle Fälle haben wir dieses Haus erstmal gekauft. Eine Gasmaske. So kann ich überleben. Was? So schlimm ist das da im Haus? Ich hoffe nicht. Unser neues Haus. Ja. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlung kommentieren. Das ist mir schuss egal, was die sagen. So, warte. Wo konnte ich das Spiel nochmal speichern? Wo konnte ich dann nochmal speichern? Wir haben sogar zwei Dings hier. Verhandlungen. Anforderungen der Aufträge. Minus zwei. Höheres Einkommen. Chance auf Erfolg. Verhandlungen um 15% steigen. Preis verhandelbar. Chance auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 5%. Chance... Na ja, gut. Ich nehme das hier noch. Ne, ähm... Wo kann ich speichern? Büro versetzen. Ja, ja, machen wir... Ne, noch... Wäre ja auch Quatsch jetzt schon zu machen. Ich könnte das hier erstmal ein bisschen renovieren eigentlich. Oh Gott. Gucken, was wir für eine Müllhalde gekauft haben. Juhu, geil. Mega geil. Ich will das eigentlich behalten hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt können wir theoretisch unser erstes Haus... Jetzt habe ich schon mal Lust weiterzuspielen. Das andere fand ich schon ein bisschen öde. Mit der Zeit gerade. Aber jetzt... Kann auch weg. Hier kommt alles neu rein. Andererseits hört man gerade ein. Haben wir überhaupt noch Geld, um alles zu renovieren? 8000 habe ich noch. Schön Kackehaken hier. Geil. Ich glaube, es ist auch gar nicht... Nein, noch nicht. Kann ich das auch verkaufen? Ziel auf Gegensäuze? Ach ne, geht bloß entfernen. Na gut. Ja, Dusche kommt ja auch noch rein. Kümel, nur noch 46 Euro für. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Schöner Garten. Geil. Gefällt mir sehr gut. So, wir haben schon mal die Sache hier in Cairn. Ist ja auch schon mal viel wert. Ich saug den Löffel gleich mit auf. So, wir können theoretisch unser erstes Haus... Ähm, wir brauchen nicht mehr diese pissigen Jobs machen. Sondern... Sondern, wir können jetzt hier... ...unser eigenes Haus renovieren und das dann verkaufen. Verhökern. Zu überteuerten Preisen. Geil. Find ich gut. Aber ich würde trotzdem ganz gerne erst speichern. Kann man auch für 5 speichern? Vielleicht... Ne, geht nicht. Büro. Zurück zum Büro. Liste der Veränderung. Ausgang. Zurück zum Büro. Möchtest du zum Büro zurückkehren? Weil dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Okay, Gott sei Dank. Ich überlege gerade, behalten wir jetzt dieses Büro erstmal? Hä? Hä? Was ist denn hier los? Ich glaube, das funktioniert nur, wenn ein Büro wechselt. Dass ich das dann renovieren kann. Ist möglich, ne? Könnte sein. Okay, es wurde schon mal gespeichert. Mehr wollte ich ja gar nicht. Also wieder zurück. Wir gehen zum verlassenen Haus. Wenn ich das renoviere... Ich weiß noch nicht genau, ob ich das selber behalte oder ob ich das verkaufe. Mal gucken, was ich für Preise dafür bekomme. Das werden wir dann ja sehen, ne? So. Ich kann ja hier eigentlich machen, was ich will. Ne? Weil... Vorher habe ich ja mal für andere Leute gearbeitet. Jetzt arbeite ich für mich selbst. Praktisch, ne? Kann man ja so sagen. Jetzt arbeiten für... Ja, jetzt arbeiten wir für uns selbst. Nicht mehr für andere. Gott sei Dank. Zumindest hoffe ich, dass das so funktioniert alles. Kann ich noch gar nicht sagen. Wieso höre ich das schon wieder Kakerlacken? Wo kommt die schon wieder her? Okay, lass mal kurz dran nur noch. Ich wollte ja nicht gerade verkaufen, das Ding. Aber naja, egal. Jetzt bin ich gerade wieder motiviert, das Spiel weiter zu spielen. So. Ähm... Keine Formation, keine Formation. Stylist, sucht nach einem modernen Haus und stilvollen Haus. Achso, und die können wir das dann vielleicht verkaufen. Mal gucken. Ich brauche jetzt mal Farbe. Und der F am besten mit Farbe. Ich streiche mal den Raum erst mal weiß. Weiß ist immer eine neutrale Farbe. Passt schon. Geht auch schnell. Ich will erst ein paar Sachen ausprobieren. So. Skillen wir eigentlich jetzt auch noch? Ich weiß es gar nicht. So. Na toll. Auf alle Fälle, mir gefällt es jetzt schon mal sehr gut, dass ich ab jetzt für mich selbst arbeite. Na? Nicht nur für andere. Finde ich ganz hervorragend. Kann ich die Decke aufsteigen? Na. Kann ich nur reinigen. Okay. Mal gucken, wir richten das Haus her und dann auch ein. Und dann mal sehen, wie viele wir dafür kriegen. Theoretisch könnte ich auch in meinem kleinen Büro wohnen bleiben eigentlich. Das ist zweckmäßig. Sagen wir mal so. Ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Vorteile jetzt davon hätte, wenn ich dieses Haus behalte. Wenn ich das nicht verkaufen würde, habe ich ja keine Vorteile dadurch. Wenn man später genug Geld hat, dann kann man vielleicht nochmal umziehen in ein großes Haus. Ich glaube, so werde ich es auch machen. Wenn ich ja so lange spiele. Kann man das Haus dann teurer verkaufen, wenn es möbliert ist? Hm. Weiß ich nicht. Oh, ich hoffe, ich skill trotzdem noch jetzt, wenn ich mein eigenes Haus runtergehe. Bestimmt, ne? Ich brauche eine größere Rolle hier. Ist ja furchtbar. Wie kann ich denn zwei Wände gleichzeitig streichen? Was ist denn das für ein Quatsch gewesen, was ich da mal geskillt habe? So, das hätten wir gleich. Kann man eigentlich auch andere Böden reinlegen? Würde mich auch mal interessieren. Böden. gleich fertig mein erstes Haus So, 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 so hervorragend